Hallo und herzlich Willkommen zu Smite Play. Smite Play, wie man es auch immer nehmen will. Und ich habe mich da jetzt ein bisschen so herumgestöbert. Wir haben eigentlich heute erst die Seite eröffnet und haben schon genug Videos gemacht. Und ich wollte euch mal eine Frage stellen, welche Videos, also welche Let's Plays wir am meisten machen sollen. Wir hätten zu vergeben CSS Let's Plays, Minecraft Let's Plays, Happy Wheels Let's Plays, MB2 Let's Plays und so weiter und so fort. Ihr könnt es uns per Privatnachricht schreiben, per Kommentare, welche Let's Plays zu uns am besten passen und die was wir halt am besten kommentieren können. Am meisten nehmen wir mit Camtasia Studio 8 auf. Damit kann man gut bearbeiten und so weiter. Ich habe mal Camtasia Studio gekauft. Und ja, auf jeden Fall, bitte schaut uns unsere Videos an. Seid nicht so, abonniert uns, gebt uns eine Chance. Sollten wir einen Fail oder so machen, sagt uns direkt Bescheid. Diesen Fehler werden wir beheben. Ich kann es euch versprechen. Ich verspreche es euch. Und ja, auf jeden Fall, bitte, 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 gebt uns eine Chance. Und lasst das Let's Plays weitermachen. Und ja, ich habe da halt ein bisschen herumgestürmt und wollte euch das anbringen. Camtasia Studio bekommt es ja auch für 30 Tage, glaube ich, Testversion, wenn ich mir nicht sicher bin. Aber ich glaube schon. Oh ja, ich glaube schon. Ich hoffe, ich glaube. Ich habe hier schon ein Video mit 204 Aufrufen, aber ich habe erst noch immer drei Abonnenten, was natürlich schlecht ist. Und ich euch wirklich bitte darum, bleibt bei uns, haltet die Daumen, gebt uns eine Chance, so wie jeden anderen. Und das wäre es auch schon. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es gibt... Wir machen wirklich viele Videos. Wir haben heute schon zwei, vier... Ja, okay, zwei, vier, fünf, sechs mit dem jetzt da. Und ein nächstes machen wir noch, das sind sieben. Es kommen aber sicher noch mehr raus. Ich habe jetzt noch genug Zeit. Es ist gerade mal 22.30 Uhr. Da werde ich mir schon was ausmachen. Solltet ihr euch irgendwelche Fragen haben, Privatnachricht, Kommentar. Ich beantworte euch alle Fragen. Aber jeder hat mal eine Chance verdient. Danke. Das war Smile von SmilePlay.